Einen wunderschönen guten Tag an alle diejenigen, die gesagt haben, ich soll doch nicht so viel bei JP rumlungern und soll doch lieber arbeiten gehen. Ja, ich gehe tatsächlich auch arbeiten. In dem Video zeige ich euch nur mal so einen kleinen Einblick in meinen Arbeitsalltag. Also es ist nicht so, dass ich nichts mit Autos zu tun hätte oder einfach nur meine Zeit verplemper. Ich schneide euch gleich ein bisschen was rein von verschiedenen Videos, die ich bereits gemacht habe von der Arbeit. Dann bekommt ihr mal so einen kleinen Einblick, was ich überhaupt tue. Und auch zu meinem Opel Adam, auf den ich jetzt schon viel angesprochen und angeschrieben wurde. Dazu kommen auch noch Videos nach und dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hateja Hateja Put your fucking Hateja Hateja Put your fucking Hateja Hateja What 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 Put your fucking Hateja Chachachachach le porco Yo 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.